...die Informationen über den Herkunftsort. Als wäre der Schlüsselstein für einen zweiten Zweck neu konfiguriert worden. Hoffen wir, dass uns die Xel-Nager selbst die Wahrheit enttönen werden, nach der ihr sucht. Also hat mich heute keiner lieb. Oh. Das ist aber doof. So was nehmen wir denn jetzt. Ich nehm die so da, Lanza. Auch wenn ich die jetzt nicht benutzen kann. Ich nehm das. Hierarch. Es sieht so aus, als wäre der Empfang von Übertragungen innerhalb... ...Adum Torridas Hierarch. Vorazun. Ich weiß nicht, was mich dort unten erwartet. Nur, dass ich allein gehen muss. Ihr habt jetzt das Kommando über die Speer des Adum. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr, Atanis. Naja. Du musst allein gehen. Warum? Weil ich das muss. Ja, okay. So, ja. Da wachsen schon Steine. Mhm. Also muss da ja Wasser geben, sonst gibt's keine Steine. Also, nicht solche. Zuerst. Der Tera-Tool. Der Tera-Tool. Kerrigon. Der Königin der Klin. Geil. Äh. Ähm. Oh, Kerrigan. Wer vom Teufel spricht, oder was? Ich muss gerade sagen. Ich dachte, dieser Tempel ist im Weltraum. Warum ist er plötzlich auch klein? Hey, wie ihr bringt Kerrigan um? Nicht Kerrigan umringen. Hallo, Micha. Nicht Kerrigan umringen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Einfache Logik. Hau immer auf die Fresse. Wenn ihr das Terratool tot, also bin Bigs. Jetzt töst ihr nicht nur noch irgendwelche anderen Lieblingscharakter von mir. Ja, ist schon besser. Hat aber lange gedauert. Ah, ich liebe ihre Flügel. Und genau die Inder. Das Schicksal scheint uns zusammenzuführen. Wir sollten es nicht weiter herausfordern. Die Schreine nennen diesen Ort den Tempel der Vereinigung. Die Xel-Nager sind irgendwo im Inneren. Bisher bin ich nur auf Hybriden gestoßen. Tagelang kämpfe ich schon gegen sie. Ich komme nur langsam voran. Auch mühsam hätte ich jetzt die Takte schöner gefunden. Die Prophezeiungen sprechen von zwei aufgestiegenen Spezies, die gemeinsam die Hallen der Offenbarung aufsuchen. Nur in Gegenwart beide werden die Schreine preisgeben, wie die schlafenden Xel-Nager erweckt werden können. Faszinierend. Kerrigan ist Zerk und Mensch. Ich konnte Prophezeiungen noch nie leiden. Und doch sind wir trotz unserer Vergangenheit hier gemeinsam. Vielleicht solltet ihr eure Meinung ändern. Habe ich jetzt auch Kerrigan? Uh, uh, uh. Was kann die denn für tolle Sachen? Brechen wir zum Schrein auf. Da ist jetzt schon zwei Sondereinfähigkeiten noch. Ich mache das. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ich führe mit Ehre. Was kann das nochmal? Okay, halt. Sprungangriff. Okay, muss ich einzeln auswählen. Ich bin so weit gekommen. Okay, die greifen mich jetzt an. Es sieht so aus, als würde dieser Tempel von Wächtern beschützt. Ich kümmere mich um sie. Halt! Spürt ihr das? Eine große Macht regt sich in diesem Konstrukt. Reinheit der Form, deinheit der Wesenheit. Beweist eure Stärke. Ein kühner Plan. Hm. Die Zukunft gehört... Die Konstrukte haben also die Schlüssel. Gut zu wissen. Fahren wir fort. Okay. Okay. Gemeinsam sind wir stark. Diese Objekte geben Solarenergie ab. Wir sollten sie einsammeln. Unser Wissen ist euer Erbe. Unser Wissen ist euer Erbe. Wir dürfen nicht zweifeln. Ja, ja, ja. Die Zukunft gehört uns. Vorsicht! Hybriden! Was du heute kannst besorgen. Meine Suche geht weiter. Ich brauche Antworten. Noch ein Konstrukt. Wir müssen es zerstören, um das Tor zu öffnen. Überrasch. Überrasch. Bleib in meine Nähe, Kerrigan. Meine Ziehfähigkeiten können unsere Runden heilen. Gemeinsam sind wir stark. Die Zukunft gehört uns. Ein Schlüssel fehlt noch. Von der anderen Seite dieser Schlucht geht eine mächtige Energie aus. Kerrigan wartet hier. Ich muss der... Überrasch. Kerrigan! Das Konstrukt hat es auf euch abgesehen. Verliert keine Zeit. Oh. Was willst du? Wir werden auf Siegen. Mann, wie nervig. Toll. Große Veränderungen stehen uns bevor. Da verbaute ich mich. Ein kühner Plan. So, erstmal Schild betöten. Ich diene meinem Volk. Wie das Töte nicht erst morgen. Achso, was du heute kannst besorgen. Das Töte nicht erst morgen. Ähm. Die Dämmerung naht. Wir dürfen nicht zweifeln. So. Unsere Bestimmung wartet. Ich führe mit Ehre. Die Zukunft gehört uns. Achso, ich muss drei Hallen der Offenbarung erfahren. Ich wollte gerade sagen, wo sollte ich denn jetzt bitte... ...das Zeug kriegen. Das Glück ist uns folgt. Der Schrein funktioniert noch. Sehr gut. Er sammelt Energie. Er sollte in Kürze aktiv sein. Jetzt kriegen wir Gesellschaft. Freunde von dir? Nicht ganz. Es scheint, Amons Truppen haben einen Weg in den Tempel gefunden. Wir müssen sie alle töten. Langsam wächst du mir als Herz, Artanis. Was du heute kannst, ist erkläre dich. Stärke durch Einheit. Die Zukunft gehört uns. Ich brauche Antworten. Gewagt. Was du heute kannst, besorgen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Meine Suche geht weiter. Bringen wir es zu Ende. Dann können wir sehen, was dein Schrein uns mitteilen will. Gewagt. Oh. Ich, ich verstehe nun, die Xel'Naga waren die Ersten, geboren in der Leere. Ihre Heilige Bestimmung war es, das Leben zu fördern und den ewigen Kreislauf fortzuführen. Bei der Entstehung eines Universums manifestieren sie ihr Bewusstsein in körperlicher Form. Die Zerstörung dieser Form zwingt sie zurück in die Leere. All die Zeit warteten sie darauf, dass wir den Schlüsselstein zusammensetzen und den Weg hierhin finden würden. Mein Volk ist von Amon besessen. Die Kala macht sie zu seinen Sklaven. Doch er hat keine körperliche Form. Wenn er sich von den Templern lösen ließe, könnten wir ihn in die Leere verbannen. Komm schon, Arthanes. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Die Zukunft gehört uns. Gehen wir. Unsere Feinde werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Stark. Nicht schon wieder. Ihr hattet scheinbar recht. Also, wollen wir dann? Ich bin so weit getroffen. Wir werden auf Siege. Ich bin so weit getroffen. Was du heute kannst besorgen. Ich bin so weit. Scheinbar sind die Taldarhin beschäftigt. Wir sollten sie angreifen, während sie die Konstrukte bekämpfen. Gewahrt. Ich bin der Schwach. Was willst du? So. Verliert. Stärke durch Einheit. Wir dürfen nicht zweifeln. Ich will auch nur scheiße laurigen. Stärke durch Einheit. Der Kampf gehört uns. Ich führe mit Ehre. Mich anzugreifen war ein großer Fehler Meine Suche geht weiter Ich brauche Antworten Da wäre ich gar nicht durchgekommen Dieser Weg ist ebenfalls verschüttet Vorsicht Ich bin der Schwarm